ich bin ich nur um ihn jetzt ab der echte der packt aus dem Haus soll ergehen er wird dort drücken der Vogel ich bin unternehmen Thomas Müller hat machen ja unten zwei Euro dafür ist er bekannt so um zu erzählen oder Oh, neuer Follower Call-of-Duty-Fan Boy, Sam, Steis, Slizzle oder so, moin. Am Stizzle. Am Stizzle, Slizzle. Am Stizzle, Manizel. Ranizel, Ranizel. Oh, nein. Oh. Müller. Hab's verpasst. Oh, jetzt geht das wieder los, ey. Kilo. Gestern schon bei den Konzentration. Neuer, ey. Richtig übel. So sieht das aus. Stark. Da muss man einfach mal sagen, dass es stark ist. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Die Flagge kommt gut rein. Mit Lewandowski. 2-0 nach 29. 30. Richtig. Hoffentlich. Müller. Robert, Robert. Ne, in Liga 5 hätten sie gleich gequittet. Ja, ja, das wäre schon lange Ende. Nein. Pass auf, Robin. Jawoll. Wieso nicht Kuster? Ja, weil ein anderer das Tor gemacht hat. Ich wette, bald quittet der Gegner. Der Gegner. Lass den Vogel heute früh eigentlich zum Frühstück gehen. Weiß ich, ist lieb. Er holte eine Druckplatte in der anderen raus. Er will heute Morgen auch eine Druckplatte gegeben. Hat geklappt. Jetzt Vidal. Ach, sch**se, der muss mit 3 kommen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Schuss von... Der Ball ist rehen, eh, den Winkel. Nichts zu halten. Ja, so verliere ich Bams. Das stimmt, aber du hast ja auf Kuster gewettet. Du hältst auf Müller setzen müssen in dem Fall. Das ist beim Wetten nun mal so. Selten hat man recht, aber wenn man recht hat, dann schlägt es ein. Das ist wirklich spektakulär, aber den trifft er auch sensationell. Zlatan Ibrahimovic oder auch... Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Ein super Tor. Oh, da packt er aus, Junge. Ja, das war's. Oh boy. Das kann doch nicht sein. Da muss einer ran. Hm, früher, viel früher. Der hat doch nicht gut Pace. Thomas hatte überhaupt keine Pace. 7,60. Der hat gut Pace und Schuss. Das ist die Chance. Alter. Stark von Torhüter. Es wird Ecke geben. Guck dir das an. Jungen, junge, junge. Hat jetzt viel mehr Pace. 72. 72. Mann. Mann, ey. Was ist denn heute? 2-0 oder was? Verpiss dich, ey. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen Sie dranbleiben. Geh, geh. Schöner, bieten Sie sich an. Ja. Thomas, die müssen wir machen das, Thomas. Wechsel gleich. Ich lebe das Momentum, ja. Don Gianni sagt es. Don Gianni. Für alle die, die das interessiert. Ja, Dr. Green. Ja, wie immer. Komm ey, denn ist das Dreh mal noch. Die können nix. Wir dominieren die jetzt seit 20 Minuten. Schießen halt nur keine Tore. Wir hatten, wir hatten in der ersten Halbzeit schon große Chancen. Haben die halt nicht gemacht. Schlimm ist, Mann. Endlich bin ich wieder da, da unser WLAN ist mal kurz abgeschmiert. Jau. Nein. Ja. Mach mit. Geh, 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 geh. Und schieß. Jawohl, Dennis. Genau so. Bam, Junge. Noch eins. Noch eins. Ja, ja. Alles Zeit. Alles schon in der Zeit. 20 Minuten. Doppelpack, Müller. Obwohl, ohne entschieden, eigentlich noch jeden, aber trotzdem. Was? Ja. Die können nix. Nee. Das gibt's doch nicht. Das ist rumgetun. Nein, den müssen wir uns zogen. Wir stehen zu zwei Mann an dem. Nein, nein, nein. Jetzt könnt ihr die Flanke reinschlagen. Der kommt gut. Jawohl. Befühl, Junge. Aber voll in die Fresse. Jetzt verteidigen, Alter. Ja, ich hab's sehr offensiv gemacht. Mach offensiv. Ja. Nee, ich mach einfach ganz normal. Also, das sind Millimeter, die hier. Ja, komm, ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Reinsten hinten kommt kein Dings mehr. Ist absolut in Ordnung. Wir waren ein starker Gegner und wir haben's uns selber mal wieder schwer gemacht. Da kann man mal einen tiefen Schluck aus der Mineralwasserflasche nehmen. Bayern, Sie sind vorne. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, Mann. Da ist der Treffer für die Münchner. Denn halt jetzt. Das 2 zu. Auf Vidal hat keiner, glaube ich. Nee. Ohne große Probleme. Wo ich das gerade sehe hier. Da klackt es wieder. Und jetzt Vidal. Vogel holt sich Essen. kürtig mit kürt das will ich nicht verfehlt geschnitt er zu geflattert warte wenn er sich er hat gar nicht der dach Quatsch die Quinten doch nicht warum sollten sie gefährlich und darf nicht mehr wetten wieso nicht den Bums ja das wird eng ja ich lache wegen dem was du gesagt hast, das habe ich gerade erst gesehen. Den wollte ich perfekt vorne hier kurze, kurzer Voss drin dröschen, kurzer lange Ecke. Das ist das Mitteleck. Und Douglas Costa, Venatia. Jawoll, Deniz. Super Kopfball! Jawoll, Deniz. Nicht lustig, ich lache bald auf. Ist auch nicht lustig. Wer lacht? Wo? Aber er hat sich bewusst für den Valise. Oh, genau so, Deniz. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Aber es geht Ihnen vor los, das Spiel, ne? Seht Ihnen vor, alles gut. Ah, 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 alles gut. Ah, 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 alles gut. Den kriegst du noch und Lehmann... U hu 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 hu. Sieh Tilo. Über King Slate Command und dann hab ich es versaut. izado man, was ist denn? Guck mal wo der in geht Alter Minute 2 Stunden 9 Nein. Nein. Oh, Absalte. Alf Puschen! Puschen! Ralle! Alfü! Alfü! 4 Spiele, 1 Punkt, dann steigen wir schon wieder auf. 47, 3, 3. Macht's gut, Leute! 0-1 Napoli. 1-2 Neapol. Higuain, oder was? Wir werden's sehen, Leute. Macht's gut!